Viele denken, ABDL müssen die nettesten Menschen sein und jeder hat sich lieb. Was kann man sich Unschuldigeres vorstellen, als kindliches Verhalten und Windeln? Außerdem ist es eine Minderheit, was jedem deutlich bewusst sein dürfte. Also gibt es sicherlich wenigstens innerhalb der Szene einen starken Zusammenhalt. Naiv könnte man das annehmen, doch die Realität sieht leider anders aus, wie ich in mehreren Jahren seit der Gründung von WindelTV im Jahre 2021 erfahren habe. Werfen wir einen Blick auf die dunkle Seite der ABDL-Szene in Deutschland. Zu Beginn stehen Menschen, die sich unangemessen benehmen. Oft findet das virtuell statt. Beispielsweise kommt man zu mir in die WhatsApp-Gruppe und hat die Erwartung, dass sich jemand sofort und exklusiv in ihn kümmert. Natürlich 24-7, wir leben ja in einer Echtzeitgesellschaft. Passiert das nicht, spammen die einen, während andere gleich anrufen. Natürlich zu ihren Zeiten. Wenn die morgens um halb sieben wach sind, hat das der Admin einer ehrenamtlich geführten Gruppe auch zu sein. Geht dann keiner ran, probieren wir es mit einem Video-Anruf. Man will schließlich sehen, was derjenige gerade macht, der die Unverschämtheit besitzt, nicht sofort geantwortet zu haben. Bei manchen ist nicht mal klar, was sie überhaupt damit bezwecken wollen. Beispielsweise der Kandidat links, der unverständliche Worthülsen aneinander reiht und dann mit Unnengen am Smiley-Stickern den Chat flutet. Ein anderer auf dem Screenshot in der Mitte und links führt Selbstgespräche in Englisch, wenn er nicht gerade Comic-Bilder oder wer aneinandergereihte Smiles verschickt. Manche disqualifizieren sich für die Gruppe, weil sie zur Begrüßung erstmal ein explizites Bild senden. Wenn einem das selbst gefällt, dann ja wohl auch allen anderen. Noch häufiger kommt es vor, dass die Regeln ignoriert werden. Deswegen gibt es mittlerweile einen Lesetest. Früher dauerte es nicht lange, bis die Leute dagegen verstoßen, weil sie die Regeln nicht gelesen haben. Ein Teil reagiert überraschend, wenn er wegen dem Ignorieren der Regeln oder einem Verstoß dagegen aus der Gruppe entfernt wird. Das habe man ja gar nicht gewusst, heißt es dann gerne als Ausrede. Immer wieder zeigen Menschen dabei ihr wahres Gesicht, wenn sie eine Ausnahme für ihr ignorantes oder regelwidriges Verhalten verlangen und ich das ablehne. Was übrigens auch in den Regeln steht, wer dagegen verstößt, wird aus der Gruppe entfernt. Es ist erstaunlich, wie viele als Reaktion auf ein Nein ihren letzten Rest an Anstand und Benehmen verlieren und mit Beleidigungen um sich werfen. Manche schrecken sogar vor offenen Drohungen nicht zurück. Der Gipfel der Dummheit ist aber noch nicht erreicht, einer betreibt nicht nur Täter-Opfer-Umkehr, sondern verherrlicht nebenbei Adolf Hitler. Ein anderer AfD-Wähler bedroht offen alle, die eine andere Partei wählen. Und das ist kein Einzelfall. Ein weiteres Beispiel aus dem rechten Rand, hier werden alle Wähler der Grünen aufs Schärfste beleidigt. Wie normal derart aggressives Verhalten dort zu sein scheint, zeigt seine anschließende verwunderte Frage, warum er denn aus der Gruppe entfernt wurde. Aus seiner Sicht waren es gar keine Beleidigungen, sonst wäre das laut ihm ganz anders ausgegangen. Natürlich sieht er die Schuld für seine Sperre nicht in seinem asozialen Verhalten. Sondern es sei eine Verschwörung gegen ihn im Gange, weil er sich als einziger traue, die angebliche Wahrheit auszusprechen. Es gibt noch weitere Probleme unter uns, manche sind derart kontaktfreudig, dass sie andere ungefragt per privater Nachricht kontaktieren. Am besten direkt mit Begriffen aus der Szene. Wenn die andere Person gerade nicht alleine ist, kann sie erklären, warum ihr jemand Wuff oder Fragen zu Windeln schreibt. Genau deswegen ist das in meiner Gruppe strikt verboten. Auf der anderen Seite kommt es immer wieder vor, dass selbst bei beidseitigem Interesse Leute plötzlich verschwinden. Einige werden das bereits aus dem Online-Dating kennen, weil es dort verbreitet ist. Angeblich sind viele ABDL-Ankontakten oder Treffen interessiert, teilweise wird man angeschrieben. Doch irgendwann antwortet der andere einfach nicht mehr, man wird ignoriert oder sogar blockiert. Ohne erkennbaren Grund, ich habe ein paar Screenshots gemacht, bei denen das mitten im Gespräch passiert ist. Teilweise bekommt man heute ein Kompliment, um morgen oder übermorgen ignoriert zu werden. Manche lesen die Nachrichten und ignorieren sie. Andere archivieren den Chat und schauen nie wieder rein, manchmal wird man sogar blockiert. Das Ergebnis ist immer dasselbe, Menschen werden entmenschlicht und zu einem Wegwerfprodukt, von dem man sich aus welchen Gründen auch immer per Klick trennt, wie von einem Kleidungsstück. Für eine Minderheit, die eigentlich zusammenhalten soll, ist das schlecht. Ähnlich sieht es mit der Akzeptanz und Toleranz aus. Nicht wenige sind der Meinung, meine Vorliebe ist okay, aber das der anderen, ekelig, das geht nicht. Obwohl wir auf der gleichen Seite stehen müssten. All das hier sind nur Auszüge. Ich habe nicht alle unter hunderttausenden Nachrichten herausgesucht. Manche haben nachträglich ihre Nachrichten gelöscht und wohl später doch zumindest ein wenig eingesehen, dass sie sich daneben benommen haben. Selbst von denen, die ich gefunden habe, sind nicht alle ins Video gekommen. Das soll nicht vollständig sein oder gar Menschen bloßstellen, sondern die Beispiele zeigen auf, ABDL sind keine besseren oder schlechteren Menschen, weil sie Windeln tragen. Sondern ganz normale Leute. So sollte man sie auch behandeln und nicht verniedlichen, als ob jeder zum Engel wird, nachdem er eine Windel anzieht. Deswegen warne ich beispielsweise davor, sich mit Fremden, die man erst seit kurzem kennt, direkt zu Hause zu treffen. Auf der anderen Seite möchte ich die ABDL-Szene auch nicht verteufeln, es gibt viele Menschen, die sich vernünftig verhalten und keine bösen Absichten haben. Man sollte also nicht jedem schlechte Motive unterstellen, sondern nur mit einer gesunden Skepsis an die Sache herangehen. Was die Probleme in der Szene betrifft, bleibt weiterhin viel zu tun, wenn wir sie denn jemals lösen können. Schreibt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare oder diskutiert mit uns in der Gruppe, den Link findet ihr in der Beschreibung und dem ersten Kommentar. Bleibt trocken, bis zum nächsten Video.